Bitte. Michael! Nichts ist passiert. Es ist alles in Ordnung. Was ist denn schiefgegangen? Nichts ist schiefgegangen. Nichts? Du sagst nichts! Warum hast du dann nicht angerufen? Wieso bringst du es nicht fertig, dich fünf verdammte Sekunden lang in meine Lage zu versetzen und mich anzurufen? Das hättest du tun können. Ich bin seit drei Tagen hier und hab auf dich gewartet. Verstehst du das nicht? Du weißt doch, was das bei mir bewirken kann. Sieh mich wenigstens an! Michael. Ich hatte meine Gründe. Bitte. Hör zu. Ich hab alles arrangiert. Alles ist in Ordnung. Perfekt. Ich kann's dir zeigen. Renn weg! Sieh her. Sieh, was ich dir mitgebracht habe. Ich Formert, den ganzen Weg von Beirut bis her. Bäh den ganzen Weg von Beirut bis hierher. Ja. 〜інuler.